Auf keinen Fall! Oh, leckt mich! Eure Mutter! Wieso beleide ich eigentlich die Zuschauer? Macht eigentlich keinen Sinn! Spiel deine Mutter! Flappy Bird ist kacke! Flappy Bird kann man ja als Mutter von dem Spiel betrachten! Ja, durchaus! Ja, könnte man machen! Der Kackberg hier! Wir haben den Kackberg geschafft! Sollte ihr aber diese durchgehen, ihr Kackberg-Minn! Wenn ich irgendwie hier am meisten verrecke! Dummerweise! Immer und immer wieder! Ja! Kackberg! Ich glaube, das klappt gut, wenn ich den Kackberg beleidige! Oh, schaffen wir mal wieder die 50! Yay, haben wir wieder die 50 geknackt! Ich glaube es ja nicht! Und... Unser Rekord heute in dieser... Aufnahme! Fickt euch! Also mich! Ich trink was! Ist doch nicht euer Ernst bei der 64, ne? Wenn sie jetzt die 69 gewesen wäre, okay! Aber doch nicht die 64! Oh man, no! Ja, natürlich! Oh! Ich hätte irgendwie gerade schon so leicht die Hoffnung... Jetzt hab ich's! Aber nee! Nein, es sollte ja nicht so sein! Ich hör mit der Aufnahme nicht auf, bis ich die 100 hab! Gott! Dang it! Übrigens verstehe ich auch immer wieder, wenn die... Diese einen Refrain einsetzen... Na gut, das heißt Refrain... Dass sie halt ab und zu sagen, Bier schlong! Also Bier-Pelis! Weiß nicht warum! Bier schlong! Da war's eben schon wieder! Müsste mal drauf achten! Oh mein Gott! Leck, 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 leck! Schön! Der Leck hat mich aus dem Konzept gebracht! Scheiß Fraps! Ja, so schön! Und wie 90 und dann so mega Leck! Das ist halt nicht... Na klar! Na klar! Dass ich's halt nicht schaffen kann! Und was mach ich denn? Meine Güte! Es ist... Es ist nicht so schwer, durch diese Dinger hier durchzukommen! Sag mal! Bin ich blöd, oder was? Sag mal! Ey! Ich versteh's nicht! Was ist denn mit meinen Augen los? Hab ich überhaupt Augen? Was wollt ihr mit irgendeinem Bier schlong? Bier schlong! Die Musik wird auch... Dann machen wir mal weinen, doch nervig! Die irritiert die auch nur! Ich glaub, wenn du jetzt hier richtig spielen willst, auf einem richtigen Highscore, sollte man die Musik ausmachen. Wieso habe ich nach unten gedrückt? Erneut! Wieso habe ich nach unten gedrückt? Wieso... bin ich so schlecht? Teilweise gut, aber meistens schlecht! Okay, das war mal wieder Kacke von mir! Und vom Spiel auch! Eure Mutter! Ich hab schon mal eure Mutter gesagt! Deine Mutter spielen! Deine Mutter! Komm schon! Na komm! Ich würd's jetzt hinter mich gebracht haben! Nein! Aber so werd ich das nie hinter mich kriegen! Gott verdammte Drecksau! Eines Spieles! Ich hörte nicht mehr über den Kackeberg, Freunde! Den krieg ich nämlich mittlerweile doch gut hin! Aber wenn ich natürlich hin kriege, kommt er nicht! Bierschlung! Mein Gott! Jetzt wackelt wieder alles! Alles ist irritierend! Ja, das war... Schön! Da konnte ich nichts machen! Da konnte ich nichts machen, so wie ich gerade in diesen Tunnel reingekommen bin! Gar nichts hätte ich da machen können! Wäre ich hochgesprungen, wäre ich zu... Ähm... Hoch gewesen wie eben! Wäre ich aber nicht gesprungen, wäre ich unten aufgekommen! Das hätte ich machen sollen! Gar nichts! Das ist das Problem! Dieser Tunnel ist scheiße! Das ist einfach nur Kacke! Das ist meiner Meinung nach das Beschissenste! Das ist hier das Einfachste mit den Slime nach unten gehen! Der ist eigentlich auch nicht... Eigentlich auch nicht so schwer! Das ist schwer! Hat aber diesmal geklappt! Und ja! Ich konnte nichts machen da! Ich konnte erneut nichts machen! Gleich nach unten drücken! Aber ich glaube, das hätte auch nicht gereicht! Beziehungsweise ich wäre dann unten dran gestoßen! Und... Natürlich! Natürlich! Nur weil sich dieses dämliche... Äh... Weiße... Sperma-Vieereck-Träght! Ja, in der Tat! Sperma-Vieereck-Träght! Weil wir finden uns hier im... Nech! Ach! Was rede ich hier überhaupt? Was rede ich hier überhaupt? Oh mein Gott! Guckt bitte nicht hin! Guckt bitte nicht hin! Das kann man ja mir keinem antun! Höh, jetzt ist es wieder! Ich glaube, ich stelle mich hier gerade schlechter, als ich eigentlich bin! Ich weiß ja nicht, wie gut ihr seid! Habt ihr eine Sperma hier gespielt oder nicht gespielt habt? Probiert es mal und schickt mir oder uns eine Nachricht, wie viel ihr geschafft habt! Und wie ihr das Spiel eingemein so findet! Sie sagt, ich finde es genial, aber es hat halt einen riesengroßen Rage-Faktor! Und ihr seid einfach nur verwirrend! Nein! Nein! Warum? Nein! Ja, natürlich! Und nochmal davor! Oh! Ich will das jetzt schaffen! Ich weiß, ich schaffe das! Wenigstens den Rekord möchte ich mit euch zusammen nochmal brechen! Die 81! Ich muss sehen, was für eine Medaille gibt! Wahrscheinlich Diamant! Bei 50 gab es halt Platin! Also ab 10 gab es eure Mutter! Ähm... Nein, ab 10 gab es Bronze, ab 20 Silber, 30 Gold und ab 50 Platin! Und wenn es so wie bei Lois ist, wird es wahrscheinlich bei 100 Diamant gehen! Wo logisch anderes, ich weiß es nicht! Und ob es dann noch weiter geht! Alter, das wäre natürlich hart! Irgendwie so 200 oder sowas! Das wäre einfach nur... Boah! Teuflisch! Ja, und... Was hätte ich da machen sollen? Was hätte ich da machen sollen? Na, das war doof! Das war mein Fehler! Oh mein Gott! Ich weiß gar nicht, wie lange ich hier jetzt schon dran sitze und es versuche! Ich hab keine! Ich hab keine Ahnung! Zu lang wahrscheinlich! Ist wahrscheinlich zu lang! Oh komm! Na los! Tu mir den gefallen! Ja! Okay! Läuft gerade nicht so schlecht! Der Hintergrund hat doch aufgehört zu vibrieren! Das war sche... Das war kacke! Das war einfach nur unfair! Unfairer Dreck! Und ja, natürlich, die Passage könnt ihr auch selbst machen! Terry, Carvana, GH Games! Ich hasse dich! Beziehungsweise euch! Ich meine, Terry hat das Spiel gemacht! Terry, ich hasse dich! Und gleichzeitig liebe ich dich! Ich bin so ein Hassliebe! Meine Güte! Meine Güte! Wunder! Ne, die haben einen Tritt der geschafft! Fickt euch! Ich hab auch ein Pech, dass die Scheißausgänge immer wieder zu beschissen liegen! Zu den Events! Aber wenn ich dann nie in den Events heiße! Und ich muss mich vielleicht nicht mehr zu spannen! Ich kann mich nicht mehr zu spüren! Meine Güte! Schön, dass es zum ersten Mal zu viel war, beim 2-mal runterdrücken. Zum allerersten Mal, nach bestimmt 100 Mal drücken. Plötzlich hat ein anderes Spiel-Engine oder Physik aus nichts. Einfach so. Leckt mich doch, leckt mich. Meine Konzentration lässt nach, Leute, das wird so nichts. Nee, ich glaube nicht, dass das was wird. Ich werde es noch ein paar Mal probieren. Aber dann werde ich erst mal ausmachen. Weil es bringt ja nichts. Meine Güte, ich hätte gern diese Medaille. Aber guckt sich an, ich schaffe es ja nicht mal mehr über die 50. Und wenn ich es mal drüber schaffe, verrecke ich dann sofort wegen so einem Mist. Genau wegen sowas. Nein, ich konzentriere mich auch gar nicht irgendwie darauf, wo der Ball ist. Sondern einfach nur, wo diese Ausgänge sind. Diese Schlitze. Darauf konzentriere ich mich mehr. Wieso? Ja, eine Gefühlssache. Aber das war so knapp. Ja, eure Mutter, Junge. Ich schlag das Ding in tausend Teile. Nein, mach ich nicht. Mach ich wirklich nicht. Das wäre nicht so gut. Das wäre unvorteilhaft. Ich schneide mir meinen Schlung ab und fress ihn mit Senf und Ketchup. Bringt mich zwar auch nicht weiter, aber egal. Oh, wieso? Wieso? Meine Güte. Was ist los mit mir? Wieso feile ich bei so einem Scheiß? Ja, toll. Da könnte ich mir noch nichts machen. Ein Sprungrhythmus. Voll für ein Arsch war. Ja. Ja, Mann. Ich könnte weinen. Ich könnte wirklich weinen. Ich sag's, in diesem Spiel werden Amokuläufer geboren. Ohne Witz. So, es geben sie den Leuten im Hochsicherheitstrakt zu spielen. Das ist ein Folterinstrument, das Spiel. Ja, genau, genau. Die Leute werden dazu gefoltert, das den ganzen Tag zu spielen. Und werden geisteskrank wegen diesen Hintergründen. So wie ich. Ich spiel den Scheiß hier sogar freiwillig. Ich frag mich sowieso, wer guckt sich das so lange an, wie ich das gerade aufnehme. Und wie lange nehm ich das jetzt auf? Wenigstens 20 Minuten schon? Oh, ich könnte es nicht auch drüben. Nee, ich glaube, so weit ist es wirklich schon. Und ich bin irgendwie nicht besonders noch nicht weitergekommen. 281. Boah. Meine Güte. 281 von Verhinwolltis. Ja, gleich. Entschuldigung, es musste sein. Der Scheißleck hat mich... Hat das fast gerade zum Überlaufen gebracht. Ah. Ich bin nicht dran. Scheiße, ich hab gedacht, dass ich mir das nicht mal in die Schnauze halte. Aber nein, natürlich nicht. Wieso mach ich sowas? Wieso hab ich gerade nach unten gedrückt? Erklärt es mir bitte jemand. Ich verstehe es nämlich selbst nicht. Ich verstehe meine Handlungen nicht. Das ist so schlimm. Das Spiel lässt einen an sich selbst zweifeln. Zu Selbstmordgedanken. Was ich alles aus dem Spiel heraus interpretieren kann. Das Spiel wäre was für ein Angry-Videogame-Nord hier. Oh ja. Oh ja. Auf alle Fälle. Er sollte nicht Maverick-Bird, sondern Angry-Bird heißen. Aber halt, das gibt's ja schon. Dann halt Rage-Full-Bird. Ich weiß es nicht. Was heißt überhaupt Maverick? Wann gab es nicht die Mavericks bei Mega Man X? Was ist Maverick? Keine Ahnung. Okay, nicht. Ist mir bis jetzt erst so aufgefallen, dass ich überhaupt nicht weiß, warum das Spiel Maverick-Bird heißt. Also, dass ich nicht weiß, was überhaupt Maverick ist? Ich habe keine Ahnung. Wer es weiß, an Winikommis, bitte. Also, übrigens könnt ihr natürlich auch den Video einen Daumen hoch oder runter geben. Über Feedback freuen wir und vor allem ich, weil ich sie auch spiele, mich gern. Oder andere Tipps, weil ihr es gerne mal sehen wollt. Oh mein Gott. Na bitte nicht dieses Spiel nochmal. Ansonsten gehe ich über Leichen. Nein! Mann! Ich war bei 55. Kann noch nicht angehen. Das kann es doch nicht sein. Ja, natürlich. Boah, ja. Ja, na klar. Ich müde gleich die Musik. Ganz ehrlich. Ganz ehrlich. Ich meine, es wird den Hintergrund nicht aufhören zu fackern, aber ich meine ja nur. Ich würde sagen, ich müde einfach mit die Musik. Vielleicht klappt es hier so besser. Okay, 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 so. Läuft, läuft, eure Mutter. Hey, ich weiß, ich weiß gar nicht, wie ich darauf komme. Normalerweise beleidige ich nichts und niemand mit Mutter. Es ist ja auch meiner Meinung nach keine Beleidigung. Beleidigung ist ja auch keine drinne. Man, man sagt dir einfach nur, deine Mutter. Wo ist da die Beleidigung? Verstehe ich nicht. Oh Mann. Okay, es bringt nichts, ich kann die Musik irgendwann anmachen. Ich frage mich wirklich, wie lange ich das hier noch spielen lerne. Ach Mann, oh. Das ist das große Problem. Zehn zu schaffen, das ist nicht schwierig. Aber sowas wie 100 oder 50 zu schaffen, ist eine riesen Herausforderung. Wegen der Konzentration halt. Und dass man sich halt nicht einen einzigen Fehler anladen darf. Nicht einen. Und das ist halt, geht einfach nur ruckzuck, wie das zum Beispiel. Das war auch einfach nur unfair. Ich bekomme nur den Scheiß. Wieso bekomme ich denn nicht mal ein paar leichte Sachen, wie die? Aber nicht halt am Anfang, sondern mal mittendrin. Das Spiel ist ein riesen Arsch. Und an dieser Stelle ist auch unglaublich einfach dieser komische, gebogene Gang. Ja, und eure... Nein, ich sag's nicht schon wieder. Schön. Schön. Richtig schön, dass es ihm angezeigt hat, dass ich den Scheiß geschafft habe. Aber ich ja dann trotzdem gestorben bin. Wie kann ich es denn dann geschafft haben? Ich hab den Punkt ja noch gekriegt. Macht also eigentlich ja keinen Sinn, meiner Meinung nach. Aber um Sinn geht's wahrscheinlich in die Spiele ja auch nicht. Was ja auch noch am Felgen ging es, als der Flappy wird, geht dieses Spiel um einiges schneller. Das ist vom Scrollen her. Um einiges. Ohne Frage. Oh, das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Oh, ich hab keinen Bock mehr. Ich weine. Ja. Ich weine wirklich. Ich weiss mir in die Scheißhand. Gleich fliegt eine Flasche an die Wand.